Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner ersten Classic-Filmbewertung von dem Film Flash Gordon aus dem Jahr 1980. Ja, in meinem Kino, wo ich häufig immer bin, da gibt es auch ab und zu schon mal so alte Klassiker und dieses Mal war es Flash Gordon und zwar in der bearbeiteten 4K-Fassung. Da habe ich mir gedacht, ja, gehst doch mal rein und mach dann für euch allen mal eine Classic-Review. Für alle, die Flash Gordon noch nicht kennen, mal eben kurz was zur Story. In diesem Film geht es um Ming, den Umbarmherzigen, der gespielt wird von Max von Sydow, der es auf die Erde abgesehen hat, denn er fliegt durch die Galaxie rum und guckt, ob irgendwo intelligentes Leben ist, was ihm gefährlich werden könnte. Und das scheint er auf der Erde gefunden zu haben, denn er lässt einige Naturkatastrophen auf die Erde zu und schaut, ob da irgendjemand ist, der das Ganze bemerkt. Und ja, die Menschen merken, wenn Naturkatastrophen auf der Erde passieren. Also was macht er? Er bringt den Mond auf die Umlauf aus seinen Umlaufbahnen und lässt ihn auf die Erde zukommen. Natürlich merken das die Erdlinge, allen voran Dr. Hans Sarkov, gespielt von Cain Topol, der eigentlich als verrückter Wissenschaftler abgestempelt wurde und in seiner kleinen Forschungsstation mit seinem Gehilfen die ganze Sache erstmal analysiert und merkt, dass der Mond aus der Umlaufbahn ist und dass die ganzen Naturkatastrophen nicht ganz zufällig passieren. Und ja, er will gerne mit seinem mehr oder weniger selbst konstruierten Raumschiff dann ins All fliegen und gucken, ob er da irgendwie was machen kann. Ja, dann gibt es dann einen zweiten Teil der Story, denn der Footballspieler Flash Gordon sitzt sich in einem Flugzeug und trifft dann eine Reporterin namens Dale Arden. Flash Gordon wird gespielt von Sam J. Jones und Dale Arden wird gespielt von Melody Anderson. Die beiden sitzen in einem Flugzeug und das Flugzeuggerät außer Kontrolle, weil Ming, der Unmannherzige, die Piloten aus dem Flugzeug teleportiert. Dementsprechend, Flash Gordon hat zwar ein paar Flugstunden, aber ja, er kriegt das Flugzeug tatsächlich mehr oder weniger heile und sich und Dale Arden mehr oder weniger heile aus dem Flugzeug und kriegt das Flugzeug auch runter auf die Erde und genau vor die Forschungsstation von Dr. Hans Sarkov. Dieser sieht dann natürlich jetzt eine große Chance, Flash Gordon und Dale Arden dazu überreden, ihn zu begleiten und durch einen kleinen, mehr oder weniger hinterlistigen Trick gelingt ihm das auch, die beiden in seine Rakete reinzukriegen und sie beiden fliegen ins All und Dr. Hans Sarkov erzählt den beiden, was los ist. Als sie das erfahren haben, ja, versuchen sie, Ming, den Unmannherzigen aufzuhalten. Soviel zur Grundstory. Ja, also ich muss sagen, die 4K-Fassung sieht gar nicht schlecht aus. An manchen Stellen hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht hat man es absichtlich gemacht, dass teilweise das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so würde es der Laie bezeichnen, ein grisseliger Bild hätte man vielleicht dann noch ein bisschen rausfiltern können oder so vielleicht. Aber vielleicht war es auch absichtlich gewollt, so ein bisschen den natürlichen Look zu bewahren. Der Film macht es auch so ein bisschen auf und ab, muss man sagen, aus heutiger Sicht. Denn manche Effekte sind etwas besser gealtert, wie zum Beispiel die Falkenmänner-Effekte, finde ich, sind sehr gut gealtert sogar. Die konnte man sich sehr gut anschauen. Aber auch, was aber nicht gut gealtert sind, diese Eidechsen-Menschen oder Ex-Menschen, die da aufgetaucht sind. Ja, die waren schon schwierig gewesen, sich aus heutiger Sicht anzugucken. Ich glaube, die waren vielleicht auch teilweise schon schwierig, sich aus damaliger Sicht anzugucken. Also, das war jetzt eher weniger gut gewesen. Was aber gut war, sind die Schauspieler gewesen. Also, Max von Südo, also, wie der Ming den Oman-Herzigen gespielt hat, war schon richtig krass. Und Ornella Mutti, die Prinzessin Aura gespielt hat, die Ming schon sehr, 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 sehr auf die Nerven ging mit ihrer Männerbekanntschaften und sowas alles. Also, ja. Aber sonst, finde ich, haben die schon sehr gut den Film restauriert und in 4K gebracht. Also, da hat man wirklich sich doch schon ein bisschen Zeit gelassen, den Film zu analysieren, zu restaurieren und alles. Also, das war schon richtig interessant. Also, so einen alten Film in so einer Qualität zu sehen, da bin ich ja manchmal echt überrascht, wie gut das ist. Manche kriegen das auch weniger gut hin. Aber ich finde, die 4K-Adoption war schon hier in diesem Film echt okay gewesen. Man hätte, wenn es möglich gewesen wäre, vielleicht auch den einen oder anderen Effekt vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen auch aufpolieren können. Ich glaube, bei den einen oder anderen haben sie es, glaube ich, sogar gemacht oder versucht. Da ich jetzt den Originalfilm schon ewig nicht mehr gesehen habe, die Originalfassung, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass manche Effekte doch dann angefasst wurden und dann auch ein bisschen aufbereitet wurden. Also, manche anderen Effekte hätten vielleicht da auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht. Also, somit ist der Film teilweise Trash mittlerweile aus der heutigen Sicht gesehen. Und auch im Kino mussten manche über Szenen lachen, die damals wahrscheinlich eher so ernst gemeint waren, die aber aus heutiger Sicht so ein bisschen außerdem, abgesehen davon, dass sie aus der Zeit gefallen sind manchmal, und auch heute den Qualitätsansprüchen vieler Leute heute einfach nicht mehr gerecht werden. Deswegen ist der Film damals als Science-Fiction-Abenteuer bezeichnet worden und heute könnte man ihn so als Science-Fiction-Komödie, könnte man ihn so einordnen, denn manche Sachen sind, ja, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und auch die Effekte von damals, beziehungsweise auch so die Kostüme, wie zum Beispiel von den nächsten Menschen, die sind, boah, schwierig, schwierig, schwierig aus heutiger Sicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich wollte mir diesen Film aus der damaligen Zeit mal in dieser 4K-Fassung angucken und werde ihn dann auch gleich nach der Werbung für meinen Shop auch bewerten. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content-Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, Flash Gordon aus 1980. Viele von euch kennen ja die Comic-Serie, die echt gut war damals. Aber es geht hier um den Film von 1980. Und wie gesagt, es ist ein Auf und Ab bei diesem Film. Also, man kann sagen, 4K haben sie so gut umgesetzt wahrscheinlich, wie sie es konnten und durften. Einige Kostüme von damals sind heute absolut grottig, muss man sagen. Also, die Eidechse-Menschen. Also, das kannst du heutzutage noch nichtmals mehr als Studenten-Film verkaufen. Aber ich finde so, die Schauspieler, die sind echt gut. Gerade Max von Südow als Ming, den Umbahnherzigen, fand ich echt gut. Und auch Dr. Hans Sarkov spielt ja von K.M. Topol. Also, das waren schon richtig tolle Rollen. Und das haben die Schauspieler damals schon echt gut umgesetzt. Also, es ist wirklich ein Auf und Ab bei diesem Film. Man muss sagen, man merkt im Film manche Sachen natürlich anders. Es werden da diverse Klischees auch bedient und sowas alles. Und von daher, für das, was der Film eigentlich ist, denn man muss ja sagen, das ist ja die 40 Jahre, der wurde ja vor ein paar Jahren digital überarbeitet, sodass er zu seinem 40. Geburtstag 2020 dann halt in 4K veröffentlicht wurde. Und ja, jetzt könnte man ihn mal für einen Tag im Kino sehen. Und ich war doch schon sehr interessiert daran, wie das dann in so einem Kino wirkt. Und ja, wie gesagt, also, was damals als Sci-Fi-Abenteuer angepriesen wurde, ist heute mehr so ein bisschen Sci-Fi-Komödie, weil diverse Sachen einfach aus der Zeit gefallen sind. Aber nichtsdestotrotz muss man anerkennen, dass der Film in 4K umgesetzt wurde. Und ja, es sind halt viele Sachen aus der Zeit gefallen. Aber trotzdem, also, der Film macht Spaß, der Film ist nicht nur erhaltsam und das muss doch im Film doch auch erstmal sein. Und somit gebe ich den Film, wenn ich jetzt solche Sachen wie die Eidechs-Menschen und sowas mal ein bisschen abziehe, also, wie gesagt, für das der Film aus der Zeit gefallen ist, kann man ihn sich trotzdem gut angucken. Gerade die Effekte mit den Falken-Männern, finde ich, sind noch echt gut für damalige Verhältnisse. Naja, 4 Totenköpfe von 5 kann man da erstmal geben. Weil, wie gesagt, man muss ja alles in Relation sehen. Der Film ist halt mittlerweile 43 Jahre alt. Das ist halt nun mal so. Und das sieht man den Film an vielen Stellen auch einfach an. Aber das ist etwas, was man halt heute nicht mehr ändern kann. Was man ändern kann, war halt die Bildqualität und die ist okay, die ist gut. Wie gesagt, ein bisschen das Gekrissel hätte ich vielleicht rausgenommen. Aber das war vielleicht auch gewollt. Ja, und manche Effekte hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen angefasst. Bei einigen haben sie es sogar getan. Bei anderen hätte ich es mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht. Aber ansonsten muss man sagen, für das es so ein alter Film ist, immer wieder im Kino zu sehen, finde ich echt interessant. Ja, das war meine erste Classic Filmbewertung. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann gebt mir noch ein Abo und ein Like und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da werde ich auch den Link zu der DVD, Blu-Ray und wenn es die noch gibt, die 4K Blu-Ray, denn die scheint wohl ziemlich rar zu sein, reinposten und dann könnt ihr euch dort doch mal ein bisschen umschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst!